Wo ist dann die Kamera an den Dach? Also ich bin in Wiesbaden groß geworden, Wiesbaden Nordenstadt um genau zu sein und da ist Wiesbaden-Biebricher fünf Minuten nur entfernt, deswegen war ich schon als kleiner Junge sage ich mal immer hier am Turnier und habe mir die Dressur angeguckt. Mein größtes Ritual ist eigentlich mein Dehnen, mein Warm-up, denn genauso wie ich beim Warm-up mein Pferd aufwärme, wärme ich mich selber auch auf. Ich bin sehr sportlich und vor jedem Ritt am Turnier, also auch wenn ich drei Prüfungen an einem Tag habe, dehne ich mich dreimal noch vor dem Aufsteigen und das ist für mich auch so ein Stück weit zur Ruhe kommen, mit sich selber in Einklang kommen und dann kuschle ich immer noch ganz gerne mit meinem Pferd und dann ist man, finde ich, schon so ein bisschen ruhiger, ein bisschen zusammener, dass man dann gefasster schon zum Abreiten geht.